Ja, danke, sag ich doch, neun. Das ist alles irgendwie nicht richtig. Das ist alles irgendwie falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas... Ich hab Angst! Oh Gott! Scheiße, die haben aber ganz schön, äh, Leben drauf. Nein, was? Abgezogen. Was? Ich... Ah! Ich mag das Geräusch. Ich seh nix! Okay, einfach durchrennen, einfach da, 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 toll. Hat ja perfekt geklappt! Okay, ähm, hab ich jetzt ein Medi-Pack genommen? Ja, nein, hab ich nicht. Gedächtnis! Okay. So. Fruchtig locker springen wir hier durch. Fruchtig locker, yum, yum. Der neue Lauer-Craft-Joghurt, wenn ihr den esst, werdet ihr blöd. So blöd wie ich, ha, 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 ha. Warum disse ich mich selber? Oh, ich weiß es nicht. Doch, du bist tot! Warum bist du tot, Lara? Warum kannst du... Warum stirbst du? Warum, warum tust du das? Warum hat dir Mutti nicht beigebracht, sich ein bisschen zu benehmen? Und einfach diesen Schwertern auszubeichen? Okay, das war ja fail. Ihr steckt in der Säule drin. Ah! Ha! Ich bin dir entkommen, Mann! Ich bin dir entkommen! Ich bin total... Ich bin total... Ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Vom Terrier! Herzlichen Glückwunsch! Du bist in der Aufnahme. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich glaube, da ist mein diabolisches Gelaber sowieso nicht. Da ist ein Hebel! Nein, ich will da nicht ran. Ich möchte da hin. Da! Zum Hebel! Neptun! Neptun! Ich tune dich! Das heißt, wir müssen wieder ganz nach oben! Was? Oh, nee! Oh, doch! Unsichtbare Wand! Merkt ihr das? Irgendwie läuft sie gegen... Was ist das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich muss... Ich muss zu Neptun! Der tuned uns auf! Miau! Okay. Die Brosse lang, um sich hochzuziehen. Okay. Tor! Du schon wieder! Dich nehme ich nur zum Schluss vor. Oh Gott, es hat sich gereimt. Ah! Ähm. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt von hier wieder nach oben? Gar nicht! Nein! Doch, warte. Ich glaube, ich sehe was. Es sieht so hoch aus. Aber die Frau kann ja eh drei Mitte hochspielen. Es ist zu hoch. Es ist... Man kann hier nicht hoch, oder? Obwohl, warte. Warte mal. Das ist alles zu hoch! Sag mir jetzt nicht, ich hätte... Obwohl, es ist sinnlos. Neptun ist ganz oben. Und der Hebel war hier unten. Das heißt... Core Design! Wenn ihr logisch gedacht habt, so wie ich es gerade tue... Oh mein Gott! Sie denkt! Ähm. Ja. Dann müsste man wieder hochkommen. Wenn der Schalter für Neptun da unten ist, müsste man... Wieder hochkommen. Die Frage ist, ich habe... Ähm. Nee! Ich weiß es nicht. Das ist jetzt die Antwort, weil ich habe... Ich bin... Ich bin... Ich hasse diesen Raum! Nein! Oh, oh, ja. Steh mit einem Fuß bitte in der Luft. Das ist sexy. Das ist... Das macht mich total an... Ah, ich sehe gerade einen Weg. Nein! Ja, verreckt doch! Okay, laden wir einfach wieder. Ähm. Nein, da will ich... Okay, öffnen wir Neptun. Jetzt wissen wir wenigstens, wo lang. Die Frage ist, finde ich diese Location wieder? Ja, wir haben es kapiert. Und Neptun öffnet sich. Ähm. Der Weg. Der Weg. Ähm. Ja, da. Klar. Oh, mein Gott. Du brauchst so lange, um sich hochzuziehen. Dreh dich. Ich nehme mal an, dass wir das jetzt hinbekommen. Ja, toll! Knall doch am besten gegen die Scheißwand! Ich habe die Aktionstaste gedrückt. Du solltest dich festhalten! Warum springt sie... Du machst mich fertig! Du machst mich einfach nur fertig. So. Ja! Warum hält sie sich denn... Das hat doch vorhin so gut geklappt, mein Gott. Jetzt springt... Nein, jetzt springt sie erst... Wie habe ich das geschafft? Was? Ich habe das doch vorhin hinbekommen. Hä? Ich will das jetzt hinkriegen. Einfach nur... Was? Warte. Nein. Ja, genau so! Wie habe ich das vorhin hinbekommen? Ist egal. Ich habe es geschafft. Ist egal. Ja, ja, ja. Neptun öffnet sich. So. Assa. Hossa. Hyahot. Okay. Äh, ich speichere jetzt, weil ich trau dir gar nicht... Warte, was speichern ist... Ja. Ich wollte gerade wieder laden. So, jetzt zieh dich... Zieh dich hoch! Okay. Äh. 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 Überhaupt nicht... Aggressiv. Aggressiv, ja genau. Ihr wisst, was ich meine. Aggressiv? Hä? Bah! Okay. Sie scheint zu kooperieren. Was ist denn hier los? Meine Güte! Deine Tabletten, die der Arzt dir verschrieben hat, helfen mir. Und mir helfen sie auch! Nein, eigentlich nicht. Ähm. Puh. Ah! Oh Gott. Okay, wir bahnen uns unseren Weg nach oben. Es scheint ja doch irgendwie zu funktionieren. Den Hebel haben wir schon gedrückt. Was? Guckt euch das an. Unsichtbare Wand. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das Spiel... Ey, wenn das Spiel verbuggt ist. Wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiterkomme, wa? Ich... Ich... Ich werde euch alle... Da ist ein Hebel. Oh mein Gott, warum habe ich den vorher nicht gesehen? Ich werde euch alle... Töten! Oh Gott. Und dich als erstes! Nein, als letztes! Einfach nur, weil es mir Spaß macht. Da kann ich mich wenigstens noch was freuen. Warum ist da eine graue Platte? Kann mir das mal jemand sagen? Ich weiß es selber nicht. Hm. Ich werde... Das ist bestimmt eine Falle. Ich werde... Ich werde nicht so blöd sein und da drauf gehen. Das ist einfach... Oder ist das ein Secret? Da unten gab es eine Tür. Neee. Neee. Lara... Stirbt ja schon aus... Ein Metern Höhe! Ähm. Und das werde ich... Mir nicht antun. Oh Gott, die Musik ist so geil. Ein Orgasmus. Ähm. Was ist da? Gar nichts. Sehr schön. Ich bin... Hier auch nicht. Okay. Okay. Es sieht... Nach Wasserarbeit aus. Das wird eine feuchste Angelegenheit. Wow! Was geht ab? Was? Hilfe! Ich bin... Ähm. Cool. Nein. Ich bin nicht cool, aber ich bin gerade verwirrt. Was? Was geht? Alter! Was ist das? Okay. Okay. Das wird mit der Luft ein bisschen knapp, oder? Ja, Medipacks! Wir haben ja... Wir haben genug Medipacks. Jetzt sagt mir... Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Wieso kann sie sich unter Wasser nicht drehen? Oh, jetzt habe ich aus Versehen... Ja, ich habe... Ja, ist ja gut, du kannst verschwinden. Ich habe aus meiner Aggression raus einfach mal übelst... Warte, hier drückt. Jetzt, jetzt, nimm! Nein, nimm's auf! Nimm's auf! Mach hin! Jetzt schwimm! Lara, ich weiß, eigentlich will ich dich ein bisschen tot sehen. Oh Gott, das ist ein Sog. Das heißt, wir kommen mit Schwerer nach oben. Oh mein Gott! Wow! Yeah! Oh Gott, du stirbst gleich, weißt du das? Oh, mir wird gerade schwindelig. Mach hin! Mach hin! Okay, easy peasy. Was sagst du? War einfach. Ja, ja, schön wär's. Ähm, okay, speichern, speichern, speichern! Gut, ähm... Welches... Wir haben jetzt... Was haben wir denn geöffnet? Wir hatten irgendeinen Hebel betätigt, aber ich habe vergessen, was wir geöffnet haben. Ähm... Ich glaube, es war... Nein. Ich möchte jetzt auf die graue Platte. Irgendwie interessiert es mich doch. Und vor fünf Minuten noch sagen, ich bin nicht so blöd und gehe da drauf. Aber irgendwie... Okay, es kann sein, dass sie verreckt. Nein. Tut sich jetzt was? Nein. Lara, du bist nicht fett genug, um diese Druckplatte zu aktivieren. Platte! Ja, ihr habt auch einen Platten. Ähm... Okay. Was ist denn hier? Atlas. Atlas ist offen. Atlas ist wunderschön. Komm, wir gehen in den Atlas rein. Ich habe doch gesagt, Tor kommt als letztes. Also... Was ist da? Ich sehe nichts. Achso, hi. Ja, stimmt. Okay. Wow, wir haben mal tierische Gesellen. Der erste. Nein, das ist gelogen. Das ist nicht der... Nein. Ähm. Ach ja. Aha. Okay, schön. Ähm... Ich will erst mal... Oh! Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Oder auch nicht. Warte. Das will ich als erstes... Wehe, der rollt jetzt los. Ja, nimm das Medepack auf und aktivier eine Falle. Nein. Okay. Wow. Da ist sogar... Ist das nicht schön gemacht? Guckt euch das an. Core Design hat mal eine ganze Arbeit geleistet. Der Stein muss da drauf. Okay. Kein Problem.